Also wir sitzen hier auf der Terrasse von der Geburtshelferin von der Sojagang und fragen jetzt einfach mal nach, wie kamst du auf die Idee, die Sojagang zum Leben zu erwecken? Ja, also das ist ganz schnell erzählt. Wir waren dabei, die Rezepte, oder vielen Dank, wir wollen die Rezepte schön bebildern, so und ich. Und ich habe das dann gebeten, mir ein Päckchen Sojagang und das nochmal zu zeigen, einfach als Vorlage. Und ich wusste ja nun, wie die Geschaffenheit von Soja ist, wie das aufquält und so weiter und so fort. Und da kamen ja gleich ein Haufen Ideen, was man dazu zeichnen könnte und auch lustig zeichnen könnte. Und ja, ich hatte dann ein, zwei Glästchen Fekt in das und da sprudelte das Zeichnen nur so aus mir raus. Und wir haben uns gleich eigentlich selber in die Sojagruppe verliebt. Und so sind dann die ganzen Bilder entstanden und die Sojagang, die uns auch richtig ans Herz gewachsen ist. So bist du, danke schön. Sojagang Sojagang